Leon Stanislaw Nimczyk war ein polnischer Schauspieler. Leben Leon Nimczyk versuchte Ende der 1940er Jahre mit seinem Bruder Ludwig aus dem stalinistischen Polen zu flüchten. Gemeinsam wurden sie gefasst und kamen wegen des Fluchtversuchs ins Gefängnis. Nach der Entlassung begann Leon Nimczyk als Werftarbeiter in Danzig zu arbeiten. Dort wurde ein Arbeitertheater eingerichtet, wo er erste Erfahrungen als Schauspieler sammelte. Bei einer der Aufführungen wurde er von Filmleuten aus Lotz entdeckt. Nimczyk war seit den 1950er Jahren einer der herausragenden Schauspieler in Polen. Er spielte unter allen großen polnischen Filmregisseuren. Einige seiner Filme sind bis heute Legenden des polnischen Kinos und über die Grenzen Polens bekannt. So spielte er 1962 die Hauptrolle in Roman Polanschis Frühwerk Das Messer im Wasser. Insgesamt spielte er in über 180 Kinofilmen und in einer ebenfalls dreistelligen Anzahl an Fernsehproduktionen mit. Weitere legendäre Filme – Nachtzug von Jerzy Kavalerović, Die Kreuzritter von Alexander Ford nach dem gleichnamigen Roman von Henrik Sienkiewicz, Die Wölfin und kurz vor seinem Tod in Landapier von David Lünsch. Auch in DEFA-Produktionen war er mehr als 20 Mal zu sehen, so als Rat Menzel in dem Mehrteil er Sachsens Glanz und Preußens Gloria und in verschiedenen DEFA-Indianerfilmen. Auszeichnungen 1969 – Nationalpreis der DDR II. Klasse für Kunst und Literatur für die Rolle des Lorenz Reger in Zeit zu leben. Auszeichnungen 2019 – Nationalpreis der DDR II. Klasse für Kunst und Literatur für die Rolle des Lorenz Reger in Zeit zu leben.